Dann stehen wir da und die Platte ist endlich fertig. Alles ist da, wo es hin muss. Das Umfeld ist begeistert. Der engste Kreis sagt irgendwie, das ist geil. Und dann haben wir nach einem sehr arbeitsreichen Jahr gesagt, ey, wir fahren mal zwei Wochen in den Urlaub. Und ich habe meine Frau und die Kids gepackt und haben uns mal zwei Wochen rausgezogen. Und auf dem Rückflug war uns schon klar, dass in Deutschland irgendwie auch nicht mehr alles so ist, wie es war, bevor wir weggeflogen sind. Denn ja, mittlerweile hatte die Pandemie ziemlich klar zugeschlagen. Es gab erste Zahlen und es gab erste Reaktionen seitens der Bundesregierung. Und wir kamen wieder hier an in dem Glauben, dass wir zwei Tage später drei Support Shows spielen in Hamburg-Hannover in Köln mit einer portugiesischen Band zusammen. Innerhalb der 48 darauffolgenden Stunden war irgendwie schnell klar, das wird nichts. Und dann war erst mal klar, okay, veranstaltungstechnisch wird wahrscheinlich nicht allzu viel passieren in der nächsten Zeit. Und ja, dann sitzt man hier und ist gezwungen zu reflektieren, was machen wir eigentlich? Von wem machen wir das? Und wie geht's weiter? Ich persönlich für mich habe versucht, relativ viel im Studio zu arbeiten, Musik zu schreiben, Musik aufzunehmen, einfach um nicht völlig in dieser Trostlosigkeit zu versinken. Und dann angefangen, selber zu filmen. Wir haben neue Songs geschrieben, wir haben Fotos gemacht, wir haben Sachen designt, solange das die Corona-Bestimmungen irgendwie noch zugelassen haben. Dann kam ja irgendwann das Problem dazu, dass man sich gar nicht mehr sehen durfte. Und dann wird es natürlich irgendwann auch schwierig und echt ein Kampf, die Vibes oben zu halten und irgendwie dabei zu bleiben. Also ganz am Anfang der Pandemie ging es eigentlich, weil da haben wir angefangen ja einfach zu sagen, okay, wir skypen jetzt irgendwie dauernd und machen einfach mal alles online. Bei mir war es dann irgendwann so, dass sich in meinem Hirn so ein bisschen so eine Stagnation festgesetzt hat, wo ich dann, also man hat dann irgendwann einfach keinen Bock mehr auf irgendwas. Musik Dann hatte sich Richtung Sommer das alles irgendwie so ein bisschen entspannt. Ja, der erste Veranstalter kam auf die grandiose Idee, wir machen jetzt Autokino-Konzerte, da kann sich keiner anstecken. Und ja, dann war das quasi der große Autokino-Live-Konzertsommer 2020. Ja, irgendwann kam das Angebot reingeflattert. Und dann haben wir hier tatsächlich sogar mit uns ein Autokino-Konzert gespielt. Und da hat sich eigentlich das bestätigt, was uns alle die ganze Zeit beschäftigt hat. Es ist einfach nicht dasselbe, aber es ist eben auch nicht dasselbe für die Zuschauer, Zuhörer. Und dann hat sich auch bei uns so ein bisschen schon so eine Ernüchterung breit gemacht, weil auch so langsam auch im gesellschaftlichen Kontext ankam, das Ding wird hier sich noch eine Weile ziehen. Und all diejenigen, die am Anfang gesagt haben, das wird schnell wieder vorbeigehen, sind verstummt. Und ja, inklusive uns, dann dämmerte irgendwie Scheiße, das darf hier nicht zum Dauerzustand werden. Mein Ziel war immer, aus dieser Scheißzeit stärker rauszugehen, als wir reingegangen sind. Weil uns bleibt nichts anderes übrig. Hätten wir jetzt den Stecker gezogen und hätten jetzt nachgelassen, dann wissen wir alle, dass es die Band und uns als Musiker in der Form und vielleicht auch in der Form überhaupt nicht mehr gegeben hätte. Und wir uns in einem halben Jahr irgendwie an der Kauflandkasse gegenseitig die Hände reichen. Und das war nicht der Plan. Was uns natürlich besonders hart getroffen hat, ist, dass die Zahlen sich in unserem geliebten Russland ähnlich krass entwickelt haben. Was dazu geführt hat, dass klar war, dass die Grenzen sich für eine ganze Zeit lang nicht öffnen werden.